Kurz vor dem Muttertag kehrte die Fregatte Sachsen nach Wilhelmshaven zurück. Das Heeresmusiko Hannover und der Feuerwehrspielmannszug Zettel sorgten im Wechsel für einen musikalischen Willkommenszug. Seit Januar war die Besatzung im Rahmen der Operation Sophia im Mittelmeer im Einsatz. Entsprechend groß war die Freude, als viele Angehörige und Freunde die Heimkehrer wieder in ihre Arme schlossen. In 102 Einsatztagen wurden über 20.000 Seemalien zurückgelegt. Kurz vor dem Ende des Einsatzes wurden 403 Menschen aus Seenot gerettet.